Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Life is Strange Before the Storm. Bonus-Episode. Farewell. Wir sind gerade in die dunkle Höhle gelangt, a.k.a. dem Dachboden. Und da ist gleich wieder eine Spinne. Ich bin gespannt, was uns hier erwarten wird. Licht wäre super. Oh, 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 oh. Es wird ein Gruselspiel. Ah, wird es doch nicht. Denn wir haben Licht. Mann, es gibt ein montón von Sachen hier. Wie will ich es immer... Da ist es. Natürlich hat Chloe das Amulet in das schlimmste, wo wir kommen. Ich muss einen Weg finden. Keine scharpe Beob-Jobs. Hm, entschuldig. Ah, Three-Till. Schade, keine Brüste. Ich hätte jetzt gerne mal Brüste gesehen. Okay. Haben wir ja eine Krippe. Ihr Eltern konnten nicht mit diesem. Ich glaube, ich sehe, wo Chloe ihre Sentimentalität bekommt. Ich erinnere mich, dass es dieses Ding wie hundert Jahre dauert, um das Land vor dem Zeitpunkt zu rechnen. Eieiei, dann waren wir in der Selbe in einem Land vor unserer Zeit. Ein alter Stuhl. Ich kann nicht durch mit diesem Stuhl hier. Dann schieben wir ihn. Ich denke, ich kann jetzt durch. Okay. Wir wollen natürlich gucken, ob wir hier noch irgendwas... Linke Maustast, um dich durchzuzwängen. Warte, dann gucke ich mal, ob hier noch irgendwas anderes war. Ne, da kamen wir gar nicht durch. Da hinten ist das Amulett. Das heißt, wir haben hier... Oh, warte. Ansehen. Das Amulett sieht ziemlich cool aus dem Seite. Ja. Und da ist irgendwo noch ein Foto. Ich hoffe, da komme ich gleich noch ran. Weil ich gerade nicht sehe, wie ich da von hier aus rankommen soll. Okay, dann zwängen wir uns durch. Wir sind ja rank und schlank. Und auch noch klein dazu, was auch hilft. Warum ist das so auf spooky gemacht? Das finde ich nicht schön. Das finde ich nicht schön. So, was haben wir da? Nicht nur ein einziges Land-Rekord. Diese müssen sie zu Chloe's Mom gehören. Ah, okay. Schallplatten. Ein Aquarium. Ich erinnere mich. Chloe hat einen anderen Goldfisch bekommen, nachdem sie einen Kalico Jack hatte. Oh nein, Kalico Jack. Habe ich dich gerade noch als klein? Okay, es tut mir leid, Max. Ich wollte dich nicht klein und rank und schlank nennen. Du bist natürlich groß und stark. Die hat die Lichterkette gemacht. Wie cool. Okay, wir werden es da ziehen. Oh, da ist noch ein Kühler. Okay, warte. Was sagt sie dann hier zu der Kommode? Das heißt, wir müssen erst mal den Dresser ziehen, dann den Schreibtisch, dann den Kühler. Okay, es sind also nicht mehrere Wege, wo man sich ausruhen kann, wo man jetzt lang geht, sondern es ist einfach nur... Ich traue mich fast nicht, es Rätsel zu nennen, aber ihr wisst schon. Ein bisschen Soko-Bahn. Ach, das Tusch ist ziemlich schwer. Ich bin glücklich, dass das Ding leer ist. Können wir den bitte weiterziehen? Damit wir da auch durch können. Yes. Sehr gut, Max. Okay, das kann ich auch alles nur noch ansehen. Linke Maustaste, um nicht durchzuzwängen. Dann zwängen wir uns noch einmal durch. Was ein Labyrinth. Okay, da ist das Amulett, aber ich hatte hier doch irgendwo... Vorhin hatte ich noch einen Foto-Hotspot. Ach so, ich kann ein Foto davon machen. Ach so, ja, dann machen wir natürlich erst mal ein Foto davon. Ach, wir hätten eben von hinten schon ein Foto machen können. Jetzt haben wir ein Nahaufnahmen-Foto gemacht, nur. Ärgerlich, ärgerlich. Tab-Karte. Das Amulett holen. Okay. Sonst ist hier aber nichts... Ah, da hätte ich... Na gut, wir schauen uns erst mal an. Ach, jetzt ärgere ich mich ein bisschen. Ich komme wahrscheinlich nicht zurück, ne? Nee. Na gut. Dann nehmen wir das Amulett. Okay, wir haben jetzt das Amulett. Mit so einer Gartenkelle. Chloe Price. My best friend. It's so weird being back in his attic after so long. I remember being terrified of this place. I think when you're a kid, you're only afraid of things that can hurt you. But when you get older, you become more afraid of hurting the people you care about. Wahre Worte. Äh, das war jetzt kein so wahres Wort. Haha, ich habe dich jetzt, Sillywag. Mann, ich werde sie missen. Sieh dich auch, sieh dich auch. Na gut, dann stehen wir auf. Sieh dich einfach nur auf, Creeper. Haha. Sie sind eine derart, Chloe Price. Was? Ich bin Glück, du bist mein best Freund. Das ist alles. Da kann man ein bisschen muschi, muschi, wuschis oder was auch immer sie gesagt hat. Ein bisschen gefühlsduselig sein hier. Wir wissen ja, dass es unser letzter Tag ist. Sie weiß es nicht. Okay, wir hatten nicht die Möglichkeit, auf den AB zu hören. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Ich hoffe, wir bekommen noch die Möglichkeit. Mann, du hast es geschafft! Kein Problem. Bring das Amulet hier, damit ich es sehe. Chloe ist so sehr gespannt. Ich bringe sie das Amulet, bevor sie mich auf die Plank schreit. Okay, ich guck mal gerade, ich kann auch nicht wieder rein. Okay, aber wir schauen uns trotzdem erstmal ein bisschen um hier. Malersachen. Es ist nicht, dass ich das Blut nicht mag. Ich bin nur schade, dass ich die alte Farbe gehen kann. Klebeband. Eine Minute haben wir eine Menge dieses Tape auf Chloe's Gesicht gemacht, um eine blutige Beine zu machen. Es war viel Spaß, als es auszuhalten. Das glaube ich, das glaube ich. Reifengarten, ach wie schön. Das ist ja cool. Ein Reifengarten. Ich habe ihn nie gesehen. Oh, ein Grab. Puh, Bongo. Chloe hat seine Tod so hart genommen. Oh, was? Ich glaube, Chloe's Mom kommt hier all die Weh zurück, um zu schrauben. Und hat aber auch Nikotin-Tabletten. Chloe und ich haben viel Arbeit an diesem Tape gemacht. Ach, das wäre schön, das wäre schön. Ein Laubhaven. Ich versuche immer noch irgendwie reinzukommen, aber ich hoffe es nicht. Das ist eine Limo-Flasche. Können wir hier rein? Nein, können wir nicht. Chloe's Bottle-Rocket. Der schnellste Weg, um eine ganze Bottle Soda in deinem Haar zu bekommen. Okay, das verstehe ich nicht. Na, hau rein. Geben wir mal gleich noch ein Foto von ihr natürlich. Einen Sturm, ja. Ich habe nie entstanden, warum es ein Jolly Roger ist. Wie jolly kannst du sein, wenn du tot bist? Hm. Gute Frage, ich weiß es nicht. Das Thema sieht so viel kleiner, als ich erinnere. Ich kann nicht glauben, dass Chloe es noch hat. Eigentlich, nach diesem Morgen, kann ich es nicht. Sie hat ja noch sehr, sehr viele Sachen. Das ist ein Ball. Wir können ihn werfen. Wirf den Ball, Max. Ich habe so vieles von meinem Leben hier verbracht. Jeder kleine Körner ist familiar. Besonder. Ich bin nicht mehr so viel zu tun, dass wir uns im Hintergrund spielen. Mm-hmm. How am I... What's up, dude? Bro. Don't you mean, sis? Maybe I meant nerd. Dork. Punk. Punk. Punk's are cool. You know what, Max Caulfield? What? Chloe Price. You're the frickin' best. That's all. No! Uh... You're right. About time you realized it. Tell anyone and I'll deny it. Okay. Enough of this shit. But... There's treasure to be in Bering. Ah, my greatest work of art. I call it... How I lost my magnified glass privilege. Great art is never appreciated. Ne. Leider nicht. Da ist die Rumflasche. Okay. Da machen wir da erstmal ein Foto. Hey, Chloe. Yarrr. Äh... Walk the plank. Ha 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 ha. Perfect. Cool. Okay, Tab-Karte. Chloe das Ambulett bringen. Ach so. Ah, okay. Das sind... Okay, 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 okay. Na, dann sehen wir erstmal Chloe an. Uh, 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 uh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ha ha ha. Ha ha ha. Okay, wir geben ihr das Ambulett. Wait, just a minute. Yarrr. You must ask permission before set in foot. Er, peg on another captain's boat. Permission to come aboard, Captain Bluebeard? Grrrr. Granted. One amulet. Coming right up. Okay, uh, I think it goes... Ah, damn it. I forget how to make this... Stay on. Stay here. I think I saw some tape. Ja. Thanks, Max. Just some tape left between us and the treasure. Ich guck mal, ob ich jetzt vielleicht rein kann. Nein, da nicht. Nein, da auch nicht. Maler Klebeband. Ne, nein. Maler Klebeband. Maler Klebeband. Ne, ne. Maler Klebeband. Ne, ne. Maler Klebeband. Ne, ne. Alles klar. Das können wir uns nur ansehen, ansehen. Äh, wir können ja erstmal mit dir reden. Wenn du mir heute Morgen gesagt hast, dass er den Tag als Piraten spenden würde, dann hätte ich mir gedacht, dass du verrückt bist. Ja, wahrscheinlich sieht man wie ein Verlierer. Nein. Oder wir sind gemeinsam Verlierer. Ja, total. Aber wir sind Verlierer zusammen. Wenn du ein Verlierer bist, Max, dann will ich nicht cool sein. Nein. Ach, ist das süß. Können wir was anderes mit dir reden jetzt? Alles klar. Okay, wir haben das Tag natürlich schon. Ich habe gefragt, Frau Frau. Hast du mir einen Preis gebracht? Äh, Piratenkleberband. Ahoy, Blubeard. Ich habe das steckigste Tape in all den 7 C. Gut gemacht, Freunde, Skalewag. Es ist so, wie alle Zeiten. Komm, Max. Remember how we used to talk about ruling the bays of Arcadia one day? We thought we were going to be pirates forever. If being a pirate means acting silly and going on crazy adventures together, then we'll always be pirates. Hell yeah. Would you like to do the honors, Wong, Max Silver? Me? Are you sure? Of course. Come on, Navigator. Point me to some treasure. Okay. 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 Warte. Wie soll ich das nutzen? Das Schiff auf der Lenz. Es sollte mit... ... etwas? Hier geht nichts. Okay. Okay. Das Schiff muss mit etwas. Okay. Wir müssen auf jeden Fall drehen. Warte mal. Ich würde jetzt sagen, es muss erst mal so rum. Huch. Weil so rum ist das Schiff ja richtig rum. Warte mal, das sind doch bestimmt die beiden... Da, ich hab's schon. Ich hab's schon. Ja! Du rockst! Wo ist es? Hier? Von mir aus gesehen nach rechts. Okay. Geh einen Schritt nach rechts. Okay. Nein, nein. Das andere rechts. Mein andere rechts oder dein andere rechts. Meins. Mein andere rechts. Ich hab's. Warte. Was? Warte. 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 Na gut. Wenn du mich hinweg. Und dann. Finge. Oh, wir sind da fast gestoßen. Was? Das ist nicht, was wir gebrochen haben. Okay, wir machen natürlich in der nächsten Folge weiter. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude. Freunde, bis zum nächsten Mal bei Life is for an Spiel for the Storm. Bonus-Episode. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Tschüss.